So, Frau Bikaloppi. Ach, da zählt das ja, hast du Wiederholung jetzt, oder? Ja, da zählt das ja. 2 zu 0. Das geht so. Oh ja, einiges. 2 zu 0. 2 zu 0. Ich habe eine Serie, in 9er. Das wöbeln mir ja sogar. Das ist fair, ne? Das ist nichts. Eine. Jetzt sind wir schon fast voll. 4 zu 4, das ist ja da. Schade. Zehn ist nicht voll. Die erste auch fast voll? Nee, fast noch nicht ganz. Das ist schon mal 12 Euro. Toll. Schade ist das. Ach, ist auch voll total? Ja. 15 Euro. Das ist auch fast voll. Das ist noch mal wieder runter. Das ist noch. Du wörst jetzt auch fast voll. Machen die Schlappe jetzt hier. Nee. Jetzt noch mal wieder runter. Schade. Oh, einiges jetzt. Ja. Du wörst jetzt auch voll. Nummer 12. Du wörst jetzt fast voll. Da kommt noch einer zu. Glaub ich noch. 5. 5. Das war natürlich ein Schipfel für 30 Euro. Und trotzdem. Ja. 63 Euro. Ja, alle wird zurückgegeben. Ja. 70 Euro. Ja. Ja. Sonst ist es was. Ja. Ist das eng? Ja, stimmt. Hier noch. Ja, es wird es eng. Ja, es wird es eng. Kuss kannst du mal schaffen. Schade. Ja, Kuss. 80 Euro. Ein Zehner. Ein Zehner. Ein Zehner. Ja, Zehner. 82 Euro. Hier habe ich noch zwei, ne? Ja. Die Aktion wäre cool. Nee. Schade. Nee. 20 Euro. 34 Euro. Ja. Ja. Ja.